Hallihallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Heute probiere ich mal ein neues Videoformat aus. Mal wieder eine meiner Ideen, die mir so des Nachts kommen, wenn ich nicht schlafen kann. Und zwar soll sich diese Videoreihe mit dem Thema Limited Editions befassen. Und zwar nicht den neuesten Limited Editions, sondern den alten Limited Editions bis zu dem Jahr, ich glaube 2013 oder 2012, kann ich da zurückblicken. Und zwar habe ich ja schon relativ lange einen Blog, also mit einem Blog, Beauty Blog, hat diese ganze Geschichte hier bei mir angefangen. Und da habe ich mich auch viel mit dem Thema Limited Editions beschäftigt, habe immer News gepostet, die es damals noch so als Pressemitteilung gab. Also diese Seite lohnt sich auf jeden Fall mal abzuspeichern, würde ich mal behaupten, wenn man jetzt nicht jeden Tag aktiv auf der Suche nach neuesten News ist. Und über das Jahr 2017 hinaus habe ich noch alte Blog-Einträge, wo ich Limited Edition News gepostet habe. Und die wollen wir uns heute alle mal anschauen, beziehungsweise nein, nicht alle, sondern wir bleiben in diesem Monat, also im April 2024 bis 2013 oder 2012 runter. Also ich mache das wieder monatlich, das soll ein monatliches Format werden, wenn ihr denn mögt, also wenn es bei euch gut ankommt. Ihr könnt mir super gerne ein Feedback in die Kommentare schreiben, wie euch das Ganze gefällt, ob ihr euch das weiterhin anschauen oder anhören würdet oder nicht. Ja, schauen wir mal, was wird. Und ja, ich würde sagen, hier seht ihr die aktuellen Limited Editions aus dem April. Gut, die werdet ihr vor Augen haben, denke ich, deswegen gehe ich da jetzt nicht weiter drauf ein, sondern wir scrollen mal runter in den April 2023. Und hier seht ihr, zu vielen der LEs habe ich auch Preview-News gepostet und zwar mache ich das immer auf meinem Instagram. Kann ich euch hier einmal mit rübernehmen. Diese Posts mache ich immer auf meinem Nina's Drügerie News Instagram-Kanal und ja, auch das versuche ich so aktuell wie möglich zu halten. Und da kann man einfach nochmal einen Blick drauf werfen, wenn man vielleicht nicht mehr die ein oder andere LE vor Augen hat, wie die denn aussah. Und ihr seht hier war es eine reine Nagellack LE von Altera, also Naturkosmetik, Nagellacke in bunt, einfach sehr frühlings- und sommerhaft. Dann haben wir von Balea so eine LE. Balea macht es schon auch regelmäßig, dass die LEs rausbringen, beziehungsweise so Kollektionen, die einfach limitiert sind. Und manchmal hat man das Glück, dass die Sachen relativ gut zur Verfügung stehen und manchmal sind die so schnell ausgekauft, dass man gar nicht hinterherkommt. Hier aus dieser Kollektion, die ich übrigens wirklich wunderschön designt fand, habe ich mir damals das Shampoo geholt und das mochte ich auch ziemlich gerne. Und dann haben wir hier so eine Oster LE von Catrice gehabt. Hop Hop Hooray, die gab es vor ein paar Jahren schon mal, im Jahr davor oder davor. Hier steht ja auch Reloaded. Ja, einfach so frühlingshafte Nagellacke und der Deckel dieser Lacke ist einfach wie ein Häschen gestaltet. Catrice Secret Garden. Die LE habe ich noch sehr gut vor Augen, auch wenn ich mir daraus persönlich nichts gekauft habe. Aber ich weiß, dass diese Palette wohl ganz gut ankam. Aber ich meine, das war eine Creme-Palette, oder? Naja, weiß ich nicht mehr. Auf jeden Fall wunderschöne LE. Auch wenn mich daraus jetzt persönlich nichts angesprochen hat. Ja, Colourpop seht ihr hier. Habe ich auch damit aufgelistet. Colourpop hat erstaunlicherweise sehr, sehr lange keine Neuheiten mehr gepostet. Da wird wohl scheinbar gerade irgendwas überarbeitet. Ich hoffe, dass es nur überarbeitet wird. Dass die wiederkommen, weil ich liebe Colourpop. Dann gab es von Ebelin eine LE ohne Namen. Sowas bringen die auch, ich würde sagen, so alle ein, zwei Monate tatsächlich raus. Hier war auch teilweise Schmuck mit dabei. Aktuell hat Ebelin auch eine LE draußen. Die seht ihr hier unten. Diese hier. Ja, immer mit so kleinen Make-up-Tools, die man teilweise ganz gut gebrauchen kann. Essence Oh Happy Day. Sie war auch so eine Nagellack- oder Nageldesign-LE. Sowas interessiert mich persönlich nicht. Aber das ist natürlich Geschmackssache. Vielleicht ist es ja für euch genau das Richtige gewesen. Dann For Your Beauty. Die bringen ab und zu mal Limited Editions raus. Das ist die Eigenmarke von Rossmann. Und hier gab es so eine Pinsel- und Make-up-Schwämmchen LE. Kiko gab es mit Beauty Raw. Siehst du, bei Kiko wollte ich mal gucken, ob die eigentlich eine neue LE mal rausgebracht haben. So langsam, denke ich, wäre es an der Zeit. Es ist schon gefühlt ein bisschen her. Revolution hat auch, finde ich, lange nichts mehr rausgebracht. Nicht mehr so eine richtig spannende Kollektion. Die können wir uns jetzt nicht angucken. Und ich glaube, es wird auch den Rahmen sprengen, wenn ich das jetzt alles ergoogeln würde. Zumal es das einfach eh nicht mehr gibt. Ich befasse mich, glaube ich, heute wirklich lieber mit diesen ganz klassischen Drogeriemarken. Ja, von Rival de Loup gab es auch eine reine Nagellack LE. Feel Free nannte die sich. Und dann gab es auch noch die Into the Jungle LE. Die fand ich persönlich wieder ganz schön, ganz spannend. Ich mag diese Marke total gerne. Auch wenn manchmal LEs dabei sind, wo mich gar nichts draus interessiert. So wie jetzt gerade die aktuellen drei tatsächlich. Aber hier habe ich mir den Bronzer draus gekauft. Und ich bin immer ein großer Fan von Rival de Loup oder Rival Loves Me LE Bronzern. Die finde ich immer sehr, sehr schön. Auch von der Textur her so ein bisschen seidig, matt. Und ja, der hat mir sehr gut gefallen. Den habe ich auch noch. So, ein Jahr weiter. April 2022. Von Art Deco gab es eine Kollektion. Auch da springen wir jetzt mal so ein bisschen drüber, würde ich sagen. Katrice hat mit Kaviar Gouche zusammengearbeitet. Das ist in den letzten Jahren häufiger passiert. Ich glaube, das werden wir hier jetzt auch noch ein paar Mal sehen. Weil es immer so um die April-Mai-Zeit ist. Weil Kaviar Gouche, glaube ich, hauptsächlich so Braut, Hochzeitsmode entwirft. Ich weiß nicht, ob hauptsächlich aber auch. Dafür sind die, glaube ich, bekannt. Und ja, diese Kollektionen sind einfach immer ein bisschen softer. Sodass es für ein Braut-Make-up, was ja oftmals, gibt es natürlich auch Ausnahmen, eher so ein bisschen dezenter ist. Und hier haben wir eine sehr hübsche Kollektion, aus der ich mir aber gar nichts gekauft habe. Also, ne. Aus den anderen Kaviar Gouche L.E.s habe ich mir, glaube ich, immer was gekauft. Aber hier, wobei eigentlich dieses Fix-Spray wäre voll meins gewesen. Warum habe ich mir denn das nicht gekauft? Ich liebe Katrice Fix-Sprays. Vor allem, wenn sie noch so ein bisschen glowy sind. Ja, weiß ich auch nicht. Naja, ist, wie es ist. Kann ich jetzt auch nicht mehr ändern. Essence und Katrice hatten die Disney Classics L.E. rausgebracht. Und ja, ich habe ja schon gesagt, dass ich dieses Jahr ein bisschen traurig war, dass es keine gemeinsame Disney-Kooperation gegeben hat, sondern eine mit DC. Ja, 2022 war das anders zu dieser Jahreszeit. Und ich habe mir daraus alle Paletten gekauft. Also, hier seht ihr einmal alle Sachen zur süßen Marie, wobei ich die Palette farblich gar nicht so gerne mag, muss ich sagen. Die Susi-Palette hingegen finde ich mega schön. Das ist echt eine große Empfehlung. Teilweise bekommt man die, glaube ich, sogar auch noch. Dann die Miss Bunny Palette, die habe ich mir auch gekauft. Die habe ich noch nicht ausprobiert. Und ich habe mir auch diesen Self-Tan-Bräunungs-Selbstbräuner-Handschuh gekauft. Habe ich einmal benutzt. Ich benutze so selten Selbstbräuner, obwohl ich es echt mal nötig hätte. Ich muss das unbedingt mal wieder machen. Ja, die Bambi-Sachen, die Palette habe ich mir gekauft. Habe ich noch nicht benutzt, aber finde ich wunderschön. Und auch diesen Bronzer, Blush-Bronzer habe ich mir gekauft von Bambi. Dann haben wir hier Patch, den Dalmatina. Auch da habe ich die Palette, aber auch noch nicht ausprobiert. Und von Dumbo habe ich den Pinsel. Das ist so ein Creme-Produkt-Pinsel. Den finde ich ganz gut. Und die Palette, die ist wirklich wunderschön. Farblich ganz besonders. Aber leider auf dem Auge muss man echt so ein bisschen tricksen. Also die besteht halt wirklich hauptsächlich aus so Toppern. Und die drei matten Farbtöne, die da drin sind, sind sehr, sehr, sehr schwach. Das hätte man, finde ich, noch ein bisschen besser lösen können. Aber trotzdem super tolle Kollektionen. Habe ich geliebt. So, Essie überspringe ich jetzt auch. Essie bringt ja auch, glaube ich, fast monatlich. Mindestens alle zwei Monate neue Kollektionen. Und irgendwie, ja, es wiederholt sich halt alles immer so ein bisschen, ne? Und ist halt auch wahnsinnig teuer geworden, finde ich. I Heart Revolution, Revolution mit The Simpsons. Daraus hatte ich mir was gekauft. Rivalde Loup Bright Look. Da habe ich jetzt keine Preview. Das weiß ich jetzt gerade. Was war das denn für eine? Das gucken wir noch mal nach. Ah, so eine bunte Palette. Ja, doch kann ich mich blass dran erinnern. Ah, dieses Serum. Ja, das hatte ich mir gekauft. Genau, das Vitamin C Serum. Genau, was gab es noch? So eine, so ein Creme Produkt. Okay, naja gut. Für einen kleinen Einblick reicht das jetzt, glaube ich. Hier habe ich schon mal die nächste LE geöffnet. Blooming Beauty. Auch mit diesem Blumenprint drauf. Und was auf jeden Fall auffällt oder auffallen wird, dass so zu dieser Jahreszeit oft das Wort Blumen oder Flower im Namen der LE vorkommt. Hier unten seht ihr die aktuelle Rivalde Loup L.A. Radiant Flower. Also auch schon doch so ein bisschen ähnlich, ne, mit diesem floralen Print drauf. Und daraus hatte ich mir das Blush mitgenommen. Das weiß ich noch. Das fand ich ganz schön. An Trended Up und Ebelin kann ich mich jetzt irgendwie gar nicht mehr erinnern. Schauen wir mal. Ah, okay, da gab es so Nagelfolien. Gut, das, ja, das interessiert mich jetzt auch weniger. Und XX Revolution hat mit den Powerpuff Girls kooperiert, sozusagen. Dann gehen wir wieder ein Jahr zurück. 2021. Alverde Hello Spring. Alverde LEs sind auch teilweise, finde ich, echt langweilig, ne. Finde ich jetzt auch nichts zu. Ist auch nicht so wichtig, glaube ich. Ich hatte gerade nochmal geguckt. Auf meiner Instagram-Seite habe ich die auch nicht gepostet. mit Essence in the Glowing Golds. Kann ich mich dran erinnern. Guck mal, hier seht ihr zum Beispiel ein Bild davon. Daraus hatte ich mir diesen sehr warmen Bronzer und diesen sehr dunklen Highlighter geholt. Habe ich beides mittlerweile wieder aussortiert, weil es einfach nicht zu meinem Farbton gepasst hat. Also gefühlt war das irgendwie eine LE für eher dunklere und wärmere Hauttypen. So, Rivalde Loop Sweatproof gab es und Simply Vegan. Simply Vegan war meines Erachtens nach auch eine reine Nagellack LE. Und Sweatproof, da gab es so einfach Sachen, die wasserfest waren. Oder wasserfest, schwitzfest. 2020, ich glaube, da habe ich angefangen oder beziehungsweise zu dem Zeitpunkt dann aufgehört, die News auf meinem Blog zu posten. Also beziehungsweise gab es dann diese Pressemitteilung zu dem Zeitpunkt irgendwann nicht mehr. Irgendwann 2020 hat das wohl aufgehört. Aber das müsste ich hier haben, genau. Catrice, Glow in Bloom. Das war eine sehr schöne LE. Da haben wir auch diesen sehr ähnlichen floralen Print, wie Rivalde Loop den hatte. Glowdrops, ich glaube, die habe ich mir nicht geholt. Aber ich habe mir einen dieser wunderschönen, nee, ein oder zwei, ich glaube zwei sogar, dieser wunderschönen Highlighter geholt. Die waren so gut und sind dann später ja auch ins Standard-Sortiment eingezogen, wo es sie auch noch gibt. Die sind ein bisschen kleiner zwar, aber es gibt sie in drei Farbtönen und ich liebe vor allem die 030. Ganz, ganz, ganz toll und solche wunderschönen Blush-Duos gab es auch. Oh, wow. Also so eine LE, die würde ich gerne nochmal haben. Auch mit diesem goldenen Packaging wirklich super ansprechend, finde ich. Ja, wow. Ganz, ganz tolle LE. MAC Selina, ja gut, MAC poste ich noch, weil sich das einige gewünscht hatten hier rein, aber das persönlich interessiert mich gar nicht. Und zur Rivalde Loop Allrounder LE kann ich ehrlich gesagt nichts mehr finden. Gehen wir weiter, zurück 2019. Da haben wir wieder Catrice und Kaviar-Gouche. Das müsste ich hier wieder irgendwo haben. Da, genau, dann kann ich das mal löschen hier. Da, Kaviar-Gouche. Ja, hier seht ihr auch, ne? Brautmäßig angedacht. Und, oh ja, dieses Blotting-Powder, Powder, Powder, weiß nicht, habe ich mir damals gekauft. Das fand ich ganz, ganz, ganz schlecht, weil das total gekrümelt hat irgendwie. Ja, dann gab es so ein Kabuki, dieses Blush- und Glow-Duo. Das habe ich mal von einer lieben Abonnentin geschenkt bekommen. Das habe ich noch, ja. Sehen wir Ähnlichkeiten zu den Blush-Duos aus dem Jahr davor? Auf jeden Fall. Selbe Verpackung, aber auch sehr, sehr schön, ne? Dann gab es hier so ein Lipstick-Set in so Minigrößen und einen Lip-Booster. Ja, auch eine schöne LE, finde ich. Was hatten wir noch? Ebelin, Happy Easter kann ich mich jetzt auch nicht mehr entsinnen. MAC, Rival de Loup, Just Beauty auch leider dazu, finde ich, keine Infos mehr. Und ja, Urban Decay, oh Gott, ja, das habe ich, glaube ich, auch nur einmal hier stehen, diese Marke. Hatte die Game of Thrones-Kollektion rausgebracht. 2018, da haben wir wieder ein bisschen mehr und da habe ich auch Bilder zu. Rival de Loup Radiant Glow. Ja, das waren so Highlighter-Produkte hauptsächlich und ich habe davon gehabt, ich glaube, alles bis auf diesen, dann gab es von Essence die Happy Kawaii LE und damals gab es ja noch immer so ein Bild zu den Trend-Editionen von Essence. Und auf den Bildern waren eben keine echten Menschen, sondern diese Puppen und das fand ich irgendwie immer toll. Also das hatte auf jeden Fall so Wiedererkennungswert und ja, irgendwann hat man es halt nicht mehr gemacht, aber ich fand es eigentlich immer ganz schön. Naja, egal, Happy Kawaii, diese Palette hier hätte ich mir gekauft, die habe ich leider nie bekommen, aber die fand ich total süß. Und ja, auch dieses Eis, also ich glaube, irgendwie jetzt, wo ich mich daran zurückerinnere, habe ich diese LE nie gefunden. Hier unten seht ihr auch, das habe ich immer noch dazu geschrieben, mich interessiert die Palette total. Ja, nie gefunden. Und ich war schon immer auf LE-Jagd. Also ich war jedes Wochenende gefühlt beim DM oder beim Rossmann und habe geguckt. Ja, die ist mir voll durch die Lappen gegangen. Schade eigentlich. Von Catrice gab es die Active Warrior LE. Das war auch so eine Sport LE mit eben Sweatproof, also Wasser- und schwitzfesten Produkten. Da habe ich mir nichts draus gekauft, aber ich fand diese Aufmachung mit diesen Wassertropfen total cool. Ja, dann hatte Essence noch eine zweite LE draußen, Create & Transform My Wonder Palette. Da habe ich mir beide Paletten draus geholt und ich meine, ich habe mittlerweile beide aussortiert. Also auf jeden Fall die Lidschattenpalette, die ich zwar farblich wirklich sehr, sehr hübsch finde, aber da steckte nicht viel hinter. Also das war eine relativ schwach pigmentierte Palette. Achso, hier gab es noch so eine Creme Palette für die Lippen, wo man sich eben, ja, die verschiedensten Farbtöne selber zusammen mixen konnte quasi. Es war auf jeden Fall eine sehr coole Idee, das muss man wirklich sagen. Aber es hat mich damals nicht so interessiert. Und die Facepalette, also was mich da auf jeden Fall dran gestört hat. Hallo? Ja, hier soll ein Paket abgegeben werden. Der junge Mann braucht mal einen Code. So, jetzt muss ich mal ganz kurz ans Telefon gehen. Genau, also bei der Palette, wie gesagt, ich bin mir relativ sicher, dass ich die nicht mehr habe. Mich würden diese Fähnchengrößen auch aufregen. Also mit welchem Pinsel soll man denn da reinkommen? Also die Palette ist halt nicht besonders groß und dafür sind halt zu viele Farben drin. Also wie klein soll denn mein Gesichtspinsel sein, um da reinzupassen? Das hat für mich gar keinen Sinn gemacht. Catrice Lala Berlin, auch das war eine Kooperation mit einem Modelabel. Und ich weiß, daraus hatte ich mir diese Prismatic Palette gekauft. Und ihr seht, also die Farben. Auch das, ja, glaube ich einfach eher für so artistische Looks, die ich einfach nicht schminke. Ich fand halt die Palette so, also optisch sehr, sehr schön. Ich bin mir gar nicht sicher. Ich glaube, ich habe die sogar noch, weil ich die optisch so schön finde. Aber benutzt habe ich die ehrlich gesagt nie. Und die anderen Sachen daraus habe ich mir auch nicht gekauft. Genau, ich gucke hier nochmal. Die restlichen LEs waren von MAC. Dann sind wir mit 2018 durch. 2017. Essence Live is a Festival. Da weiß ich, habe ich mir den Blush draus gekauft. Genau, und ich meine, den habe ich aber aussortiert, weil mir der zu knallig einfach war für den Alltag. Und ich meine, ich habe auch diesen dritten Lippenstift hier. Den müsste ich noch haben. Also sofern der noch gut ist, müsste ich den noch haben. Fand ich eine sehr schöne Farbe. Ja, eigentlich relativ früh, ne? Die Festival-Saison beginnt ja eigentlich immer ein bisschen später. Außer jetzt Coachella. Aber, naja, trotzdem, eine Festival LE. Dann hatten wir noch eine zweite Essence LE. Live, Love, Celebrate. Zum 15. Essence Geburtstag. Und, ja, da gab es damals noch dieses Klick-System, wo man sich seine eigenen Paletten selber zusammenstellen konnte. Es gab nie wirklich eine große Auswahl an Farbtönen. Es kam aber, ich glaube, in zwei LEs solche Sachen dazu. Also für eine kurze Zeit. Das fand ich eigentlich ganz schön. Und hätte man das weiter fortgeführt, hätte ich es auch nicht schlecht gefunden. Aber dieses System wurde relativ schnell wieder eingestellt. Und, ja, dann hatte man halt die teilweise noch leere Paletten rumliegen, so wie ich. Und konnte die nie irgendwie verwenden. Ja, diese kleinere Palette daraus habe ich mir auf jeden Fall, die größere auch, kann auch sein, habe ich mir auf jeden Fall eine von geholt mindestens. Die hatten solche kleinen Mini-Kügelchen da drin, waren so eine, solche Schüttelpaletten, fand ich ganz cool. Ja, mit verschiedenen Sachen eben. Einmal für die Lippen und hauptsächlich mit Lidschatten. Von Rival de Loup gab es die Beauty Coat Limited Edition. Da habe ich mir diese Dreierpalette hier draus gekauft. Und die habe ich auch noch. Die finde ich ganz gut. Gut, ansonsten waren es so Basic-Produkte mehr. Und hier kann man auch schon sehen, also Rival de Loup hat ja immer noch nicht wirklich die hochwertigsten Verpackungen. Muss ja auch nicht sein. Es ist ja nach wie vor eine sehr günstige Marke. Aber die haben sich schon so ein bisschen rausgeputzt in Sachen Design. Also hier ist es halt noch wirklich sehr, sehr, sehr schlicht und klobig, finde ich. Ah, die Unicorns L.E. von Rival de Loup Young. Jawohl. Da hatte ich letztens noch drüber gesprochen, weil es ja aktuell eine Rival de Loup, glaube ich. Nee, Rival Loves Me L.E. gibt, wo diese Palette hier eine Rolle spielt. Also die ist nochmal aufgelegt worden, ohne das Einhorn drauf, aber in sehr, sehr ähnlicher Aufmachung. Da musste ich sofort dran denken, als ich das gesehen habe. Ja, die Palette habe ich mir damals gekauft, weil ich die einfach sehr cool fand, aber farblich halt auch speziell nicht wirklich benutzt. Genau, Lippenbutter gab es noch hier, Nagelsachen. Ah, diesen Rainbow Highlighter, den habe ich mir auch geholt. Habe ich den noch? Ich meine, den habe ich mittlerweile auch aussortiert, einfach auch aufgrund der Farben, so mit dem Blau da drin, das passt halt letztendlich nicht wirklich. Aber fand ich auf jeden Fall mal eine sehr spezielle L.E., da hat man sich mal ein bisschen was getraut. Und dann gab es noch die Satin Nudes L.E. von Trended Up. Da gab es Nagellacke und Lippenstifte, Lipglosse und diese Palette hier. Die Palette, meine ich, habe ich die mir sogar zum Geburtstag mal gewünscht, irgendwie so. Also ich hatte die und oh mein Gott, ich finde Trended Up Lidschattenpaletten so unterirdisch. Also sowohl früher als auch heute. Die Monolidschatten sind nicht schlecht, aber die Paletten, also das konnten die irgendwie nie ganz, 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 ganz schwach. Das war 2017. Jetzt können wir hier nicht mehr weiter zurückgehen, wie gesagt, weil ich den Kalender erst 2017 begonnen habe. Aber wir können hier noch weitergehen. Und zwar gab es 2016 von Rival de Loup Young die Flower Mania L.E. Und hier seht ihr auch, ne? Oh Gott, das war einfach alles noch so, also optisch so billig und kitschig und naja. Obwohl die Nagellacke finde ich eigentlich ganz cool, aber oh ne, das spricht einen halt überhaupt nicht an, oder? Auch wenn die Produkte vielleicht, also so ein Cream Blush an sich, würde das heute sicherlich gekauft werden. Aber heute sind einfach auch die Verpackung und die ganze Aufmachung dieser L.E. ist ein bisschen professioneller, würde ich sagen. Trended Up Individual Beauty. Auch da gab es klassischerweise Nagellacke. Da hat ja Trended Up früher sehr, sehr verstärkt drauf gesetzt. Ebelin. Ebelin hatte eine L.E. Vorschau. Gott, da kann ich mich auch gar nicht mehr dran erinnern. Äh, Contouring. Ah, okay, mit so Pinseln. Gut. Auf dem Bild sehen die Pinsel so unfassbar kratzig aus, oder? Ja, kann ich mich nicht mehr entsinnen. Also daraus habe ich keine Pinsel, das wüsste ich. Obwohl ich Ebelin-Pinsel habe, ich finde das per se nicht schlecht. Alverde Frühlingspoesie. Hm, okay. Lippenstifte. Drei unfassbar langweilige Monolith-Schatten. Eine Mascara, ein Eyeliner. Ah, die gebackenen Rouges. Ja, die hatte ich, glaube ich, sogar beide. Aber da ist leider das Problem gewesen, nicht nur bei diesen beiden Alverde Rouges oder Blushes. Diese gebackenen Dinger, die sind nach ein paar Jahren einfach eingetrocknet. So, da, ja, Naturkosmetik, da war irgendwie ein, keine Ahnung, Stoff zu wenig drin, ein Inhaltsstoff zu wenig drin, weswegen die einfach keine wirklich lange Haltbarkeit hatten. Also bei anderen, von anderen Marken, die gebackenen Blushes, die halten mir schon sehr, sehr, sehr viele Jahre teilweise. Aber die hier sind irgendwann komplett eingetrocknet, leider. Essence Little Eyebrow Monsters. Also eine reine Augenbrauen-LE gab es ja in den letzten Jahren hin und wieder mal, glaube ich. Also kann ich mich so dunkel daran erinnern. Ja, gab Augenbrauen-Puder, Highlighter, Stifte. Ich muss sagen, damals habe ich mich noch nicht wirklich mit meinen Augenbrauen auseinandergesetzt. Meine ich, auf jeden Fall nicht so wie heute, wobei ich meine Augenbrauen, also ja, ich male die nach und mittlerweile gele ich die auch hoch ein bisschen, weil mir das Ergebnis einfach sehr, sehr gut gefällt. Aber früher, ja, weiß ich nicht, war das noch nicht so ein Thema irgendwie. Oh, P2. P2. Wie sehr ich dich vermisse, ich glaube, das könnt ihr von mir auch nicht mehr hören, weil ich es irgendwie ständig erwähne. Aber P2 war so eine schöne Marke. Blossom Stories. Ja, kann ich mich noch gut daran erinnern. Ich hatte mir damals noch Nagellacke gekauft. Also damals war ich noch absolut im, ich lackiere mir gerne die Nägel alle drei Tage, weil es länger auf meinen Nägel nicht hält. Und daraus hatte ich mir die beiden mittleren gekauft. Dann, was haben wir hier noch? Eyeshadows. Die Powder Blushes, die sehen hier auf dem Bild unfassbar hässlich aus. Aber ich habe mir daraus auf jeden Fall einen gekauft. Die sehen dann echt wirklich ein bisschen schöner aus. Waren in solchen Pappschächtelchen. Sehr, sehr schön. Auch hier so ein Blumenkabuki. Lip Powder. Ah, okay. Ja, also manche Dinge habe ich echt verdrängt. Aber an die Blushes kann ich mich noch erinnern. Dann haben wir hier, oh, auch eine sehr schöne LE. Essence Lights of Orient. Die mochte ich auch sehr, sehr gerne. Ich hatte die Lidschattenpalette. Die habe ich, hä? Habe ich die noch? Nein. Habe ich die aussortiert? Ich glaube, die habe ich aussortiert. Wundert mich jetzt gerade ein bisschen, aber ich meine, die habe ich aussortiert. Dann, was hatte ich noch? Die Augenbrauenstifte. Ich meine, den hatte ich auch, aber nicht mehr. Weiß nicht, ob ich den auch aussortiert habe. Einen der Lippenstifte habe ich, meine ich, auch noch. Den Highlighter-Stick habe ich noch. Den mag ich sehr. Das Blush habe ich auch noch. Und ich habe mindestens einen der Bronzer. Ich meine, ich habe den dunkleren. Und auch ganz, ganz toll. Nagellacke gab es noch, Nagelsticker, Bodysplash. Ja, das war wirklich eine sehr schöne LE. Ich muss sagen, von der Optik her kann Essence mittlerweile auch mehr. Also auch da hat sich ein bisschen was getan. Aber ich finde, Essence hat auch sehr früh schon echt ansprechende LEs rausgebracht. Was haben wir noch? Von Catrice haben wir natürlich auch was dabei. Denim Divine. Daraus hatte ich die Lidschattenpalette. Ich bin der Meinung, die habe ich aussortiert. Ja, habe ich. Das Blush habe ich noch. Den Bronzer habe ich noch. Nagellacke gab es auch. Ja, das ist eine schöne LE. Auch wieder mit diesem goldenen Rand. Das finde ich, also mich persönlich spricht das immer sehr, sehr an. Weil die Sachen für mich dann irgendwie so ein bisschen hochwertiger noch aussehen. Noch eine LE, die es gab. Ja, März und April. Gut, kann ich hier mal mit reinzählen. Matchpoint Beauty. Da weiße ich, weiß ich, hatte ich draus. Ich glaube sogar dieses Lipgloss. Das habe ich aber nicht mehr. Und ich meine auch, ich habe noch einen Kajalstift. Aber ich glaube, das war es. War nicht so eine LE, die mich so richtig krass angesprochen hat. Aber jetzt, wo ich die Bilder sehe, kann ich mich noch daran erinnern. Ah, und Catrice hatte auch noch eine zweite. März bis April. Ja, okay. Nehme ich auch hier mit rein. Sensibility. Mit einem Quattro Eyeshadow. Den habe ich mir nicht gekauft. Wäre mir, also den hätte ich, hätte ich den gekauft, hätte ich den hundertprozentig wieder aussortiert, weil die Farben mir definitiv zu soft wären. Blush habe ich auch nicht. Ich meine, ich habe hier diesen Lip-Geisha-Lippenstift. Und ich meine, ich habe mir daraus auch so einen Nagellack gekauft. Entweder den zweiten oder den dritten. Jetzt sind wir bei 2015. Da haben wir Rival de Loup. Soft-Touch-Feeling. Ja. Habe ich mir nichts draus gekauft. Kann ich jetzt schon vorwegnehmen. Die Palette. Eigentlich ganz süß, ne? Mit diesen ganz vielen Pastelltönen. Guck mal, hier lese ich. Die gab es davor auch schon innerhalb einer Rival de Loup L.E. Und schon damals hat mich das nicht überzeugen können. Obwohl ich damals, 2015, noch nicht so hohe Ansprüche hatte tatsächlich an Lidschattenpaletten. Aber naja, da hatte ich wohl schon meine Meinung gebildet. Ebelen Frühlingsmoment. Aha, mit so verschiedenen Pinseln wieder. Die sehen auf jeden Fall ein bisschen besser aus als die Pinsel aus der L.E. im Jahr davor. Alverde Fabulous 50. Oh Gott. Ja. Das sieht alles auch echt so ein bisschen gewollt und nicht gekonnt aus, ne? So ein bisschen Paint-mäßig. Ohne jemandem zu nahe treten zu wollen. Aber das würde heute besser aussehen. Diese Grafik, würde ich mal behaupten. Ja. Auch da habe ich mir nichts draus gekauft. Doch. Ah, auch solche gebackenen Blushes. Ich glaube, die hatte ich auch beide. Ja, aber auch die sind mir eingetrocknet. Essence Pretty. Oh Gott. Oh Gott. Oh, da habe ich ganz dunkle Erinnerungen dran. Also verschwommene Erinnerungen. Ja, jetzt wo ich das sehe. Oh ja. Ich hatte die... Oh Gott. Aber das habe ich nicht. Das hätte ich locker noch aufgrund dieses Prints. Hm. Weiß ich auch nicht. Na gut. Kann ja auch sein, dass es ausverkauft war einfach. P2 Just Dream Like. Oh ja. Da kann ich mich auch dran erinnern. Ich hatte das... Oder das habe ich auch immer noch. Das Herz Blush. Ich hatte das Puder. Das habe ich vor kurzem wegschmeißen müssen. Weil es einfach mittlerweile, ja, schlecht geworden ist. Aber das habe ich auch oft benutzt tatsächlich. P2 Puder. Mochte ich immer ganz gerne. Ich glaube, ich hatte auch einen dieser Lipstick Pencils. Ah, und an dieses Quattro kann ich mich auch erinnern. Ich glaube, ich hatte das mit Grün und Blau tatsächlich. Aber auch schon vor langer Zeit aussortiert. Einen der Nagellacke hatte ich hundertprozentig auch. Und auch einen der Topcoats. Ja. Ganz, ganz sicher. In alten Zeiten, ne? Essence, Love & Sound. Ja, da kann ich mich auch dran erinnern. Ich hatte, und ich meine, ich habe den noch. Den noch den ersten der drei Lidschatten. Und ich meine, ich hatte das Blush. Oder habe es noch? Eins von beiden. Ich hatte es auf jeden Fall. Und ich meine, ich hatte auch die Bronzing Paper damals gekauft. Weil ich die Optik so schön fand. Aber ich kam damit überhaupt nicht klar. Und habe das wieder aussortiert. Und ich meine, ich hatte auch einen der Nagellacke damals gekauft. Ja, auch so eine Festival-LE, ne? Haben wir noch was 2015? Ja, Catrice Dolls Collection. Ja, habe ich auch verschwommene Erinnerungen dran. Ich meine, daraus hatte ich das Blush. War das eher genau? So ein Ball-Blush. Das habe ich aber aussortiert, beziehungsweise aussortieren müssen, weil es mir auch eingetrocknet ist tatsächlich. Irgendwie war das so eine Textur. Die hatte nicht so eine lange Haltbarkeit. Ich meine, auch hiervon hatte ich ein Nagellack. Ja, sehr softe Töne, ne? 2014. Ich glaube, das ist jetzt das letzte Jahr, wovon ich berichten kann. Rival de Loup Color Star. Die Palette hatte ich. Vielleicht meinte ich diese Palette mit diesen soften Tönen, die mir nicht so gut gefallen haben, wobei die Palette eigentlich gar nicht so soft aussieht, wie die davor. Aber ich weiß, die habe ich aussortiert, weil ich sie nicht so mochte. Und die anderen Sachen habe ich mir nicht gekauft. Catrice Ode Futur. Da habe ich auch noch Erinnerungen dran. Drei Lidschatten, die habe ich mir nicht geholt. Ich habe mir, glaube ich, den Holo Eyeliner gekauft. Selten benutzt, weil ich nur schwarze Eyeliner benutze und alles andere sowieso nur liegen lasse. Die Blush Pearls hatte ich mir damals gekauft und wieder bereut, weil ich solche Blush Pearls einfach nicht gut finde. Wenn man da mit einem Pinsel reingeht, passiert es zu 80 Prozent, dass man eine Kugel mit hochnimmt, sie dann runterfällt und auf den Boden rollt. Und generell finde ich, solche Blush Pearls geben nicht so schön viel Produkt ab. Also, nein, sehen cool aus, aber mag ich überhaupt nicht. Ich hatte diesen Topper auf jeden Fall mir gekauft. Vielleicht auch noch einen dieser anderen Nägel. Nagellacke, ja. Schöne LE, die könnte heutzutage auch wieder so rauskommen, würde ich mal behaupten. So dieses Holo-Thema, das ist ja gerade eigentlich wieder relativ beliebt. Okay, jetzt habe ich hier leider eine LE, aus der die Bilder nicht mehr abrufbar sind. P2 Catch the Glow. Daran habe ich noch sehr, sehr gute Erinnerungen. Das war eine der schönsten P2 LEs. Die hatten einen wundervollen Blush, der so ein Dupe war zu Nars Orgasm, also zu diesem Pink-Peach-Ton mit goldenem Schimmer. So, so schön. Und ich hatte mir daraus auch den Bronzer geholt. Habe ich auch alles noch. Ja, kann ich euch jetzt leider nicht zeigen, aber das war eine ganz tolle LE. Essence Cookies in Cream. Die kenne ich auch noch zu gut. Die hatte ich damals, glaube ich, zugeschickt bekommen. Zumindest zu einem großen Teil. Ich hatte alle drei Lidschatten. Ich glaube, ich habe sie alle drei nicht mehr mittlerweile. Maximal noch einen. Das waren so gebackene Lidschatten. Eigentlich ganz schön. Jumbo Eye Pencils habe ich nie benutzt, so wirklich. Schimmerpearls, ja, wie gesagt. Der Blush ist sehr, sehr intensiv. Der ist nicht so rötlich, sondern eher, der ist ein bisschen pinkstichiger in echt als hier auf dem Bild. Aber den habe ich noch. Der ist wirklich sehr, sehr stark pigmentiert. Nagelfeile und Nagellacke und noch eine Handcreme gab es dazu. Achso, und Lipglosser. Ja. Habe ich viel draus nicht behalten. Ja, wundert mich eigentlich, aber ist so. Auch hier leider P2 Let's Rock ohne Bilder. Da kann ich mich leider auch nicht mehr dran erinnern. Ja, somit sind wir in unserer Zeitreise am Ende angekommen. Ich habe jetzt auch, glaube ich, lang genug gesabbelt. Ich gucke mal gerade auf die Anzeige. 52 Minuten. Ich hoffe, ich kann noch ein bisschen was für euch kürzen. Ja. Wer jetzt noch dran ist, Chapeau. Vielen, vielen Dank für euer Interesse und euer Durchhaltevermögen. Ich würde sagen, ich beende das Video jetzt an dieser Stelle. Wie gesagt, schreibt mir super gerne ein Feedback in die Kommentare, wie euch das Ganze gefällt. Ob ihr beim nächsten Mal wieder dabei sein würdet. Und ja, wir sehen uns im nächsten Video, wenn ihr Lust habt. Bis dahin, habt ein paar schöne Tage. Macht es gut. Tschüssi. Und dann